Willkommen zurück liebe Leute zu Batman Arkham Origins Wir sind das letzte mal, ja eigentlich da vorne stehen geblieben, aber ich habe den ausgemacht und jetzt starten wir hier nochmal Sehr sehr schön Gotham City Zu Weihnachtszeit Man hört auch die ganze Zeit Glocken im Hintergrund Ja jetzt gerade nicht, scheiße Ja komm Soll ich die eben nochmal verkloppen? Ja komm, dann verklopfe ich die eben nochmal Soll ich die Einflüsse kommen gerade rein, den Kanal aufreiten Ja komm her Baaah Dimmel Genau, was wollte ich eigentlich machen? Genau, ich wollte zu einem Verbrechen Das machen wir jetzt auf jeden Fall Komm die Alter, war der Schiss Huhu 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 Kann ich aber auch verstehen Als kleiner böser Bube hätte ich auch Schiss vor Batman Mit euch allen werde ich nicht fertig, willst du mich verscheißern? Bah man In beengten Nahkommensituationen funktionieren wir nicht, aha, okay Äh Wo müsste ich denn jetzt langsam machen? Alter Falter Das ist die riesige Wildheit, da vorne, da vorne Hey, das ist unser Alvia, du und deine Crew solltet euch verpissen Wir sind hier, um es... Sieht aus wie die Straftat, die laut Polizeifahrt gerade stattfindet Ich könnte versuchen sie zu vereiteln Aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jessup planen Ja, ja, das geht schon klar So, jetzt habe ich endlich den Move mal machen können Huhu, Junge Unaufhaltsam, ey Unaufhaltsam Was geht ab, Gil? Na Immer wenn ich mich selbst lobe Immer wenn ich mich selbst lobe Kriege ich eins auf die Schnauze Auf jeden Fall Und nämlich nicht Spinner Oh yes Boah, gibt es ordentlich EP Guckt euch das mal an Das lohnt sich auf jeden Fall, oder? Dark Knight Herausforderung abgeschlossen Oh yeah Guckt euch das mal an Das war ja sowieso auf dem Weg, Batman Also Jess, ich bitte dich Das haben wir doch ganz gerne mal gemacht Die können dich eigentlich auch mal ausschalten Keine Sorge Leute, es sieht nur so krass aus von mir Aber das ist nicht krass Ich bin hier das Opfer Auf jeden Fall Das Opfer Batmans Faust So sieht es nämlich aus Schon wieder Stufenaufstieg Ist halt geil Ist schon ein bisschen Rollenspiel-mäßig Grind hier gerade Weißt du, Batman ein bisschen auf Vom Leveln Aber es macht einfach Es macht einfach Bock Das Kampfsystem Und halte dann R2 Gedrückt Um den Sturzflug zu aktivieren Erreiche vor dem Aufschlag Die Höchstgeschwindigkeit Um dein Ziel auszuscheiden Ist jetzt gekauft Ich hab's gekauft Das sollten wir mal ausprobieren Das ist eine lange Brücke Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen Okay, what the fuck Was war das denn jetzt? Boah, ich werde mit euch irgendwo die ganze Zeit liegen Voll die krassen Geheimnisse Und ich fliege hier einfach weiter Und ich möchte gerne mal meinen Gleittritt ausprobieren Da vorne sieht welche Soll ich mir die schnappen? Hohoho Ist der auch kaputt? Hab ich jetzt zwei mit einem? Ich glaube ich habe zwei mit einem Schlag gemacht Ich muss weiter, ich muss weiter Sonst boxe ich mich hier nur noch rum Ich hoffe, Sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir Vertraue mir Ich werde diese Killer ausschalten Bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin Es geht nicht nur darum Wenn irgendein Kind nachschaut, dass er auf dem Dach herumtrippelt Wird uns in meiner Vaterwaffe keine schwarze Fliederhauskreatur Ich trippel nicht Ich wird nicht verbeleidt Helfrey, mach doch Ich groß nicht Sauer Ich bin jetzt Warum tut ihr das noch weh? Na komm Na komm Ich muss weiter, ich muss weiter. Ich soll jetzt nicht auffallen von irgendwelchen Gesocks. Okay, da vorne ist das Bett mit ein Zeichen, lass sie mal jetzt in Ruhe. Wir müssen uns ja auch mal ein bisschen die Welt angucken, weißt du? Okay, das Grüne ist ein bisschen offensichtlich, da ist bestimmt irgendwas drin, kann ja gar nicht anders sein. Kann ich mich nicht hier irgendwo hochziehen? Das geht doch. Ach, da hinten, ey, boah. Okay, aber dann kann ich ja mal diese grünen Dinger hier abchecken, was das ist. Und welche Riddler-Rätsel wieder? Das sehe ich nicht ganz genau. Oh, da. Kann ich irgendwas mit diesem Krytografischen Sequenzen machen? Oh, das hat man jetzt schon. Was stöhnt denn da die ganze Zeit? Ähm, Batarang ist da Nee, auch nicht Irgendwas hat es ja damit auf sich wieder Auch nicht Irgendwas muss das ja sein Mal gucken, sieh mal hier, da passiert ja irgendwas Wow, wow, wow What the fuck? Wirkt vor meiner Nase oder wie? Oh, shit Ach, mit Messer kommt die jetzt schon Alles klar Oh, was ist ein Move? Oh, du kleiner Messerfutz hier Das Problem ist wirklich, dass ich manchmal echt jetzt lehre, bevor du einfach Boah, das war man, das war man mieser Apaka, den wird glaube ich nicht mal klinisch gut verleben Was ist hier los? Bedrohung Mittel schon Wieso kriege ich eigentlich die ganze Zeit EP Bonus, weil ich, äh Hab ich einen Treffer kassiert? Doch eigentlich schon, oder? Äh, ach da hinten ist der Schalter, oh Gott Habt ihr den gesehen? Auf Anhieb jetzt? Hm, ein verschlüsseltes Laufwerk Das scheint zu einem größeren Satz zu gehören Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können Alles klar Also ist erstmal, heißt es sammeln und dann entschlüsseln Okay, cool Sowas mag ich eigentlich Wie gesagt, mal sehen, ob wir das machen Wenn ich den Jezover Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden Nein, Batman Stürz nicht ab Ich bin wohl als erster hier Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann Der Pinguin Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er Aber er ist schwer aufzuspüren Seine Leute ziehen hier einen Deal durch Ich bringe sie zum Reden Jungs, haha Also ihr Kleinen, was wollt ihr denn zufeiern? Ach halt, das weiß ich ja schon Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Hahahaha Arrti Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando Wo ist der ganze Rest? Das ist der Weihnachtstyp, wa? Aber bevor wir da reinjumpen... Jetzt ganz kurz... Genau.